Also ich hatte 2004 einen Unfall und dadurch hatte ich ein kaputtes Knie, tibial Kopfertur mit Bänderriss und also die untere Bandscheibe, die Kniescheibe total zertrümmert und ich konnte meine Knie nie so, also es stand immer so und jetzt hat Daniel für mein Knie gebetet und jetzt kann ich meine Knie gerade machen, also das konnte ich lange nicht und ich konnte auch nie so hohe Schuhe tragen und heute war das erst mal, das ist schon mal die drei hohe Schuhe und jetzt geht's, also hat erst Schmerz, also hat erst wehgetan, meine rechte Hüfte, aber jetzt ist alles weg, ich bin begeistert und es schmerzt nicht, weil wenn ich immer zurück, also wenn ich versucht habe, also ich musste auch immer, im Krankengymnastik musste ich immer zurück machen, das hat hier immer geschmerzt und jetzt tut das überhaupt nicht weh, also ich kann ohne Probleme das Knie zu der Karte, so, so bewegen. Ich bin begeistert und ich kann mit dem Knie verabschieden, Bis zum nächsten Mal.